So, da sind wir auch schon wieder Ach hier, da kannst du mal ein graues Schaf jagen Ich werbe schon wieder Oh, ich geh generell Schafe jagen gerade Bin ich zu doof zum Leben Na, vergesst das eigentlich Ich hör schon wieder die Zombies weiter unter uns Tja, die haben nicht lieb Ja, so sieht's aus Wie sieht's eigentlich mit deiner komischen Pilzfam aus? Hast du die mal weitergebaut? Äh, nö Ich muss ja erst die andere Seite fertig machen, dass ich Endlich einen neuen Ofen kriege Und dann kann ich weiter machen Warum brauchst du den neuen Ofen? Ja, damit ich halt, ähm Unsere Kiste ist voll, da passt nichts mehr rein Ja, das außerdem Genau, damit ich halt, ähm Clean Store machen kann Entweder seh ich's nicht, oder man kann nichts stapeln Ne, da ist nix mehr Aber unser Eisen ist fertig Wo auch wieder das Problem wäre mit der Kiste haben wir noch Holz Da Ich baue uns da nämlich gerade mal neue Kisten für drüben Was ist denn eigentlich, ich war doch grad nicht oben in unserer zweiten Etage Hä? Ja? Mit Glas brauchen, wie schön Ja Nach oben, dass mir so schön Äh, dass überall Licht ist Genau Muss ja auch ordentlich aussehen Oder willst du etwa, dass unser Häuschen da hässlich ist? Oh man Ja Ich kann nur drei Kisten bauen Ah, da ist noch mehr Holz, perfekt Ich glaube, muss da wieder neues Holz besorgen gehen, das geht so nicht Ja, Holz, äh, das geht ja weg wie sonst was Ja, alleine für die Kisten schon Oh, ich glaube, das war ein Fehler jetzt hier Egal Haben wir noch ein Stück Leiter irgendwo? Leiter, äh, nö Verdammt Verdammt Glaub ich nicht Leiter, aber boll auf dem Boden Dick ist überall einfach in der Mitte, ne? Hä? Leitern, äh, links und rechts komplett und dann in der Mitte, ne? Ja Ja, perfekt Viele Leiter brauche ich hier auch nicht, aber Ich habe nach oben, habe ich jetzt die Kisten gebaut Und das funktioniert sonst nicht vernünftig Ich fange jetzt einfach mal, ne, das Bambus behalten Wir brauchen ein Ei, dann können wir uns einen Kuchen backen Kuchen, oh, das ist natürlich etwas Ist ja natürlich cool Hm Ich meine, wir haben alles, Milch können wir uns jederzeit besorgen, Kühe gibt es ja genug Guck mal runter an den Strand An seinen schönen Warum willst du wieder angeln? Nein, ich habe was Schönes gemacht Warte, ich komme sofort Dass wir auch nicht nass werden, falls regnet Für den Fall, dass wir irgendwann rausfinden, wie man angelt, meinst du? Ja Falls uns unsere Zuschauer nicht helfen können Müssen wir es irgendwie versuchen Irgendwann schaffen wir das schon Ach, runter an den Strand Ja, runter an den Strand Ich muss erstmal an die Wand an den Baum Er hat einen bunten Baum gebaut Nein, das ist kein Baum, das ist ein Regenschirm, wenn man es so will Regenschirm Dann würde ich oben drauf den Stein ja weg machen Für den Regenschirm Was? Oben drauf den Stein weg für den Regenschirm Oder Sonnenschirm oder was auch immer Da ganz oben drauf drehen, aber ich komme nicht hoch Ich habe mich nie zum Hochbauen So hast du das gemacht Ja, mach oben drauf den Stock weg und mach lieber zu Finde ich sieht viel besser aus Klopp Muss auch jeder selber wissen Was wollte ich denn jetzt machen? Irgendwas wollte ich doch gerade machen Ja, habe ich aus dem Konzept gebracht Achso, ja Eier Aber wie findet man denn Eier? Kann man nur durch Glück finden Das ist doch scheiße Ja, das ist Glückssache Aber ich gehe auf ein verschworene Kuhl Den wir gerade Lust haben Ja, das ist eigentlich übelst Verschwendung Dass man wirklich den Eimer mitverliert Ach, wir brauchen sogar drei Eimer Milch, ne? Oder? Echt? Ich weiß nicht, guck gerade mal nach bitte Ja, und sofort habe ich's Ja, ich habe wieder ein paar Weine Ja, stimmt, wir brauchen drei Stück Oh man Drei Eimer oder so? So viel Eisen, ne? Na ja, genug Eisen haben wir Echt? Haben wir so viel Eisen schon? Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so viel Eisen haben Ich guck gerade mal Hier sind einfach schon mal sechs Eisen Und einen Eimer haben wir ja noch Wo ist er? Da? Ja Ich baue dann gerade einfach mal noch zwei Eimer Ich will auf jeden Fall Kuchen backen So, in schöner Erinnerung an den Portal Jaa Schon ein tolles Spiel Hätten wir eigentlich auch Wettblame haben müssen Könnten wir theoretisch auch irgendwann noch machen Was nicht ist, kann ja noch werden Jaa Aber ich bin dann wieder der kleine Dicke Ich find den toll Ja, wie im richtigen Leben Jaa Könnt ihr uns ja auch unterschreiben Ob ihr das auch irgendwann mal wollt Dass wir euch Portal vorstellen Oder andere Spiele Oder andere Spiele Oder andere Spiele Ja, oder andere Könnten wir theoretisch auch nochmal dann Jaa So Warum sind denn die Becken hier eigentlich nicht unendlich? Weil die von drei Seiten Ne, von zwei Seiten müssen die voll strömen Die strömen aber aus vier oder fünf Seiten voll Wo jetzt? Ähm, mal im Gewässer... Die, die Verbesserungsdinger Ähm, ja Das strömt nur aus zwei Seiten Deswegen, es müssen zwei unterschiedliche Also nicht gegenüberliegend Sondern Halt Eins links und eins muss von rechts kommen Jetzt dachte ich gerade Das andere wäre auch nicht unendlich Weil im normalen Meer Wenn es jetzt auch tiefer ist Geht es auch nicht unendlich eigentlich Würfte eigentlich nicht Du hast hier noch gar nicht gebaut, ne? Hm? Du hast hier noch gar nicht weiter gebaut Ne Aber da würd ich auch aufpassen Nicht so doof sein wie ich Und runterfallen Bei mir ging es gar nicht so tief runter Glück gehabt Ja, dann mach das da mal zu Und dabei Hopp Äh, ja Na hoch Na Verdammts Eins hoch Bisschen breit Äh Also muss man auch Holz nehmen, genau Aber wir haben kein Holz mehr Schon wieder nicht Uns fehlen immer die Materialien irgendwie Säune müssten wir auch noch bauen Das wird schon wieder nach oben Wir haben jetzt auch schon wieder zurück, oder was? Wir haben jetzt auch schon wieder zurück, oder was? Nein, noch haben wir Zeit Oh Glaub ich Noch Hopp Ich hab die Felder schon Achso, die brauchen wir gar nicht hier vorbereiten Glaub ich da grad einfach mal ein paar Mal rüber, um das zu kaputt gehen Ich hab auf beiden Seiten die Felder vorbereitet, aber für die Bambusdinger muss man das Feld ja nicht vorbereiten Wieso hast du das so weit gemacht hier? Achso, wegen Holz Genau Ich hab noch 45 Du hast noch Holz? Ja, dann mach fertig da Ab Sehr schön, was wollt ich denn jetzt? Achso, Bambus Wo haben wir das? Sollen wir denn hier eigentlich auch Kakteen anpflanzen? Können wir eigentlich tun, ja Sollen wir einfach mal Kakteen an Ja, Kakteen wird schon woanders dann Nicht halt Ich würd auf den gleichen Seiten einfach weitermahnen Hier Zuckerrohr erstmal Ja, wo willst du denn Kakteen pflanzen? Dann können wir Kakteen hier noch dran bauen Lass uns mal schlafen gehen Klar Vor die fiesen Zombies wir kommen Hab Angst vor denen Das Schlimme ist einfach nur, ich sterb immer Du liegst auf meiner Seite, Gammler Betten tauschen ist schön Schön die Keime weitergeben Haha Das sperrt mich ein Ja, aber wo willst du denn hier jetzt die Kakteen machen? Achso, sollen wir uns eigentlich so eine Selbstbauanlage bauen? Ja, das kann ich doch noch machen, Peter Ja, dann mach das doch fertig Was jetzt? Ey, Kaktus-Selbstbauanlage Ich lege den Kaktus wieder in die Kiste, dann kannst du das bauen Ja Ja, Kaktus kann ich so Selbstbauanlage bauen, ja Selbstbauanlage Ich hab gerade den ganzen Bambus verbraucht Müssen wir warten, bis er neu gewachsen ist Ach, ist auch schon blau Geht aber schnell wirklich, ey Ja, Bambus-Selbstbauanlage, das ist jetzt schwierig, aber das kann ich auch nochmal Ach, das reicht doch so, Bambus ist doch schneller Und für euch Leute, werdet auch noch Dann eine Anleitung machen Wie ihr es nachbauen könnt Oder ihr könnt es theoretisch sogar da ablesen Oder abgucken, oder wie auch immer Ja Ja, dann nochmal zurück Ja, dann nochmal zurück Ach du Gott Doch hier, wieso hast du hier oben gemacht? Wohl doch, ja Kisten? Ja, irgendwo müssen die Kisten rein Ja Und da unten der Platz doch etwas wenig ist, dachte ich, wir machen das einfach mal oben So, als hätten wir gerade eine Kugel gehört, deswegen müssen wir schon mal Milch besorgen für unseren Kuchen Wo ist die Kuh? Kuh? Ähm Ja Würde ich sagen, die andere Kisten machen wir auch noch nach oben Und unten machen wir dann Ah, da ist er Sich versteckt unter deiner komischen Na, Kuh gibt es mir wohl, geht auch Milch Was ist denn sonst? Drei einmal Milch habe ich auf jeden Fall schon mal Okay Das heißt, ein Kuchen ist schon mal möglich Ich helf dir gerade mal das mal rum zu bringen Und während wir das machen Geht ihr schon mal auf unser nächstes Video, weil unsere Zeit ist nämlich schon wieder vorbei Bis zum nächsten Mal Und tschüss